In der großen Pause gibt es jeden Tag schönes Programm für die kleinen und die großen Schüler. So zum Beispiel Sport und Tanz am Montag. In der großen Pause am Dienstag geht es um die Wünsche der Schüler. Alle dürfen ihre Meinung sagen und Vorschläge machen. Am Mittwoch übt man für den Feueralarm, am Donnerstag gibt es kostenlose Fallschirmsprünge von der Dachterrasse und am Freitag gibt es den Selbstverteidigungskurs gegen nicht eingeladene Außerirdische.